Musik Es ist natürlich immer eine Abwechslung, wenn man aus dem Fußballalltag rauskommt und vor die Kamera geht und dann zu Werbespots dreht und der letzte Teil hat sich schon gehäuft, dass wir ein bisschen öfter schon was gemacht haben und das dann natürlich auch mal drin ist, wenn man mit den Männern des Nachschlusses mal zusammenkommt und auch gemeinsam im TV-Sport dreht. Das ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung. Wenn man sowieso die Mannschaftskameraden dabei hat, ist es immer eine andere Geschichte, als wenn man alleine vor der Kamera steht und dann macht das auch doppelt so viel Spaß. Musik Ja, bisher war es eigentlich ganz locker. Es ist mal was anderes, auch die Frauen dabei zu haben am Set und die sind ja alle sehr sympathisch und da gibt es kein Problem. Es macht eher Spaß. Es ist sehr lustig. Ich finde, wir betreiben die gleiche Sportart. Man sieht sich eigentlich viel zu selten. Ich habe das irgendwann mal vorgeschlagen, man sollte doch mal öfter was mit den Männern machen und deswegen finde ich es ganz klasse, weil man sich dann einfach auch mal unterhalten kann, sich mal so ein bisschen kennenlernt. Musik Dann stehen wir immer auf dem Platz. Heute ist es ein bisschen im Tausch. Ich denke mal, es ist etwas sehr, sehr Interessantes. Ich denke mal, in diesem Jahr steht auch eine große Frauenfußballwählen im eigenen Land bevor. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich kenne es als Fan von 2006. Jetzt sind die Frauen dran und wir Männer versuchen sie einfach dabei zu unterstützen. Deswegen ist, denke ich mal, der heutige Tag sehr, sehr interessant, sich auch mit den Frauen, Fußballern sich auseinanderzusetzen und sich mit ihnen auszutauschen. Musik Ja, das ist schön. Es ist lustig. Es macht Spaß. Ich hatte das bisher noch nicht. Also noch nie so kennengelernt, die Jungs. Und da ist doch mal schön, diese Oma nicht nur auf dem Fußballplatz zu sehen. Musik Nefan ist eigentlich richtig gut auch mit der Kooperation mit den Männern. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich hoffe, da gibt es in Zukunft auch noch mehr davon. Ich hoffe, da kommen gute Sachen bei raus, damit wir die Frauen unterstützen können. WM im eigenen Land ist immer etwas Besonderes. Das kenne ich von mir aus 2006. Und ja, macht Spaß. Musik 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 Musik